Hallo, heute soll es wieder eine Danksagung geben. Eigentlich sollten zwei Sportler neben mir sitzen. Leider hat uns der Lockdown einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dennoch wollen wir uns recht herzlich bedanken, heute bei den Sportbetrieben Erfurt, insbesondere bei Richard Debuch und seinem Heimpersonal, die dort für unseren alltäglichen Trainingsbetrieb ihre Arbeit leisten, sodass die Jugendlichen und auch wir Trainer die besten Bedingungen vorfinden. Und so ist es auch. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dafür wollen wir uns heute noch einmal ganz besonders bedanken. Die Halle ist immer sauber, in einem super Zustand. In der Adventszeit ist sogar Zeit zum Schmücken da gewesen, sodass man auch dort ein bisschen in weihnachtliche Stimmung kommen kann. Aber auch darüber hinaus finden wir immer alle Geräte vor, die Anlagen sind in einem super Zustand. Auch bei den Wettkämpfen ist das Heimpersonal immer zur Stelle und unterstützt die Abläufe. Das ist ganz wunderbar, das ist keine Selbstverständlichkeit. Vielen herzlichen Dank. Tschüss.